Guten Tag, heute zeige ich Ihnen einen alternativen Tracker, einen niedrigen, zweiachsigen, zweireihigen Tracker. Auf diesem Tracker, genau dieser Konstruktion, die wir für die Montage der Module vorbereitet haben, können 16 Photovoltaik-Module, 2K8 installiert werden. Der Tracker ist vollständig aus verzinktem Blech gefertigt. Alle Antriebsmechanismen sind an diese Konstruktion angepasst. Es ist nicht so, dass wir irgendwo einen kleinen Antrieb oder einen kleinen Motor gefunden haben und einfach alles ist wirklich berechnet und lässt sich gut mit unserem Steuergerät konfigurieren. Ideal für die polnischen Bedingungen und ideal in einer Situation, in der wir eine stündliche Abrechnung der Energie haben. Der Tracker kann morgens und abends für uns arbeiten und einfach Geld verdienen und die Mittagszeit können wir mit Hilfe des Energiespeichers für unsere eigenen Bedürfnisse nutzen. Also laden wir Sie ein, Kontakt aufzunehmen, zu testen, vorbeizukommen, zu sehen und zu berühren.